So, heute schwimmen wir in ein kleines Klassiker Super Mario Land auf dem Visual Game Boy in dem Sinne, eine, ja, Emulation. Vormann! Und los geht's! Vormann? Läuerpott! Vormann? Läuerpott! Vollerpott! Vormann? Vormann? Ja, das war's. Ich habe das Leben immer kurz, weil ich den späteren Label immer Leben verliere. Ich habe das Leben immer kurz, weil ich den späteren Label immer verliere. Ich gehe draußen, scheiße. Zweites Label dann. Naja, drei Label haben alle übergewiesen, dass ich die scheiß Blume... Ich habe die scheiß Blume schon. ... 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 Oh, danke. Das war meine Lever 1, das ist meine Lever 1, das ist meine Lever 1. Ich hab das Spiel schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt und ich weiß trotzdem, wie wir noch am Anfang Sachen sind. Faszinierend. Faszinierend. Wohl. Was ist mein Lever 1? Ich hab das hier nicht gemacht, oder? Ja, der Schuss hat auch kein einsammeln können. Ah, LSD! 10 Leben, wir steigern uns, die wir nachher echt nötig brauchen. Ah, da war's nicht, das war genau mit dem ersten Level, genau. Ah, knapp zu knapp, ah, fuck. Scheiße! Ah, damit er nicht mehr kriegt. Bei dem Viech habe ich mich immer gefragt, was ist das für ein Viech? LSD-Power geht's wieder weiter! LSD-Power geht's wieder! Ah, daneben! Ob du so ein scheiß Pixel mit ausmachen kannst in dem scheiß Game? Oh! 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 Kaloi. Kaloi. Wir machen die ganze Platt, was uns da entgegen kommt. Wir rotten da gute Wasserarbeiten aus. Was die mal schreiben müssen, wie ein Schaf? Der 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 Schwenkloft Da ist er platt. Komisch. Mein U-Boot hat nur einen Propeller. Ja. Blub. Blub. Kennen wir schon alles. Ja, und das war's mit dem zweiten Level. Und damit was auch so mit dem... Nö, er hat mir das rausbringen. Was können wir denn? Ja, Blümchen kriegen wir zum Schluss noch. Ja, das war's. Ja, es war's.